Untertitelung des ZDF, 2020 Dann sollte das auch hier irgendwann gemacht werden, ne? Äh, jo. Wählen wir doch mal so einen stein aus. Ach, das brauchen wir gar nicht anmachen hier, ne? Das können wir auslassen. Dann die Holzwand und den Holzklotz natürlich auch noch. So, jetzt haben wir ihn ausgewählt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das fertig wird, ne? Die sind alle ausgewählt, ne? Ja, oder? Der da vielleicht nicht? Da muss noch einer hin, oder? Ja, da ist ja die Tür. Und die wird gleich rüber gesetzt. Oh, noch welche gekommen. Ja, dann nochmal zwei, ne? Oder? Das sehen wir hier oben, ja? Und weiter rüber rutscht. Ja, vielleicht haben wir jetzt nicht mehr Räume. Das könnte sein. Gut, äh... Ja. Ne, da sind wir jetzt in der Etage, passt. Achso, da müssten ein paar Lampen hin, ne? Damit man aber sieht. Sollten wir das mal in den Angriff nehmen. Dann wird's da auch heller. Mach weiter zurück. Deko, Laterne, Licht. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Ah, die ist daneben gegangen. Da hin. Weg. So, jetzt ist natürlich schon hell geworden. Wieder zurück. Da hin. So. Und die sind ja alle richtig, ne? Ja, ja. Da ist auch alles richtig. Da hin muss noch ein Stein hin. Passt. So. Die sind schon fertig. Da können noch zwei hin. So. Ist der da schon drauf? Ich glaube ja, ne? Der geht auch. Und der geht auch. Die drei. Ne, der ist schon da. Aber der noch nicht. Der geht auch schon. Die beiden gehen auch. Das passt schon. Und da können wir auch die Wand setzen. So, gut. Das läuft. Wie sieht's denn hier mit den Löchern in der Decke aus? Da hatten wir doch mal welche, ne? Äh, ja. Eins, zwei, drei. Drei nur noch. Das ist gerade zugemacht worden. Da vier. Und da muss da noch einer hin. Ja, haben die genug zu tun. Gut. Achso. Wir sollten vielleicht mal gerade hier den Bescheid sagen, was die anzuziehen haben, ne? Hier so. Zack, zack, zack. Ja. Vielleicht die auch nochmal. Gut, die Steine werden alle gebracht. Die laufen über das Dach darüber. Auch interessant, ne? Haben wir vergessen, hier eine Tür reinzumachen? Eigentlich nicht. Die ist doch da. Ja. Dann ziehen wir hier mal die Wand lang, oder? Und da auch. So. Irgendwann hört das dann auch auf, oder? Ja. Wird schon werden, oder? Ja. Was macht er da jetzt? Schlafen, ausruhen. Wahrscheinlich. Der schläft auf jeden Fall in seinem Zimmer. Ein paar Betten wären da nicht schlecht, ne? Nein. Das ist unser Standardbett. Dahin. Dahin. Dorthin. Zweimal das F zum Drehen. Und dahin. 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 Und dann sind wir schon da. Dann machen wir auch den Schrank da noch hin. Der kommt neben das Bett. Okay. Dahin. 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 Wieder zweimal das F. Dahin. Dahin. Und dorthin. Oh, schon zugemacht. Der kann da schon nicht weiter, oder was? Äh. Ja. Das andere war Deko, ne? Eine Kiste. Na doch, das war hier. Deko. Aber nicht da. Hier. Die Blume. Standen mäßig rechts in der Ecke. So. Die Deko auch. Und die Kiste. Wo ist die? Da oben. Ach, die musste man auch wieder richtig drehen, ne? Da. Und dort. Zweimal gedreht. Dahin. Dahin. Und dorthin. Blumen kommen. Kerze. Bett. Schrank. Blume. Kiste. Fertig. Mehr gibt's da nicht. Ja. Gehen wir wieder hier hin, denke ich mal. Und gucken, dass wir da weiterkommen. Mhm. Da können wir schon zubauen. Eigentlich komplett, oder? Ja. Am Rand gekommen. So. Ja, das kann alles zugebaut werden. Läuft. Ist hier noch irgendwo was, wo ich hier... Warum der da nicht hingebaut wird, weiß ich auch noch nicht. Erneuern wir mal. Das ist alles gut. Da ist auch alles gut hier. Ne, da kommen die Türen. Das passt auch. Hier ist auch alles. Ja. Die Etage ist bis auf den fertig, ne? Tür passt auch. So, ein höher bedeutet, da fehlt einer. Hier muss noch einer hin. Und da auch noch. Da. Der ist, der ist. Der ist. So. Hier kann auch schon einer hin, weil wir ja die Türen da noch reinbauen müssen. Und die müssen wir überbauen, ne? Türen ist ein gutes. Können wir gleich machen. Da, drei und da, drei. Die da richtig reingebaut wird, ist schon fraglich. Aber boah, zack, da kommt schon die erste. Nicht gedacht. Gut. Wie sieht's denn aus mit der Truppe und anziehen? Fehlt alles. Ja. Schaut so aus, als ob wir unten im Keller tiefer müssen, ne? Hier ist wahrscheinlich alles entdeckt, dann. Sieht so aus, ne? Hier könnte noch was sein. Vielleicht müssen wir da mal irgendwo noch ein paar Stellen freigraben, dann. War das denn hier richtig? Ach doch, wir haben ja schon alles weggerissen. Okay. Da haben wir das Wasser eingedämmt. Dann würde ich fast sagen. Können wir hier unten noch was wegarbeiten, ne? Vielleicht gibt's noch den einen oder anderen Hohlraum. Ja. Shift hast du nicht gedrückt, ne? Da. Machen wir's auch weg, die Steine. Da weg. Dort auch weg. Da machen wir's auch weg. Gibt's da noch einen Hohlraum, oder da? Hier ist bestimmt interessant. Die beiden auch noch weg. Da machen wir auch was weg. Hier vielleicht noch reingebuddelt. Und die Ecke nehmen wir dann auch weg. Und da auch weg machen. Und da kommt ein Händler, oder sowas. Weiter laufen lassen. Ja. Ich glaube, hier haben wir alles durchfiltert, in dem Sinne. Da kann nix passieren. Hier wurde schon abgebaut, wie man sieht. Das auch wegmachen. Machen wir auch weg. Und die beiden auch noch weggemacht. Passt. Gut, da kann man hier unten noch was wegklopfen. Hier hinten war noch keiner. Oh, da steht jemand. Ah, warte, der Händler ist da. Was hat denn der mit? Oh, da nehmen wir mal ein paar. Warte, da sind Holzboots, ne? Da kommen die nehmen wir nicht. Deather Armor. Das ist gut. Das auch. Das auch. Aber Schuhe sind die einzigen, die da sind, wahrscheinlich. Komm, dann nehmen wir das auch noch mit. Was möchtet ihr denn haben? Ja, komm, das kann er alles haben hier, oder? Geht auch. Waffen brauchen wir nicht. Zack. Handel. Und weiter läuft's. Ah, da ist schon einer, der da weiter arbeitet. Na, die Spitzhacke raus. Schiff, das hast du nicht gedrückt, ne? Wie gehabt. Kommt keiner. Interessant, dass man hier auch weiter sehen kann. Da sind wir darunter schon, ach, darunter sind wir schon am Rand. Alles klar. Äh, ja. Da ist das Wasser, da bohren wir besser nicht. Na, kommt so ein Ingenieur. Ja. Der läuft aber hier hin. Und läuft dann wieder weg. Ja, gut. Gehen wir mal ruhig tiefer. Okay, hier waren wir mit der, mit den Kernbohrungen schon soweit, ne? Hm. Da müsste man jetzt überlegen. So, da durchzuziehen, ne? Zopp, 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 zopp. Und. So. Zack. Ganze Liternei durchgebohrt dann. Ist das denn so richtig? Ich glaub schon, ne? Zwei, vier Felder. So, da steht die Laterne hier falsch. Ne, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Passt. Hier ist was verkehrt, oder? Wohl, eins, zwei, drei, eins, ne? Passt auch. Täuscht, weil es so ISO-mäßige Ansicht ist, ne? Okay. Gut, warte mal. Hier sind wir jetzt, haben wir schon noch eine Etage tiefer. Da haben wir auch schon was gebastelt. Achso, da war ja unser Lager. Ach, hier sind wir auch schon unterwegs. Da ist ja so eine richtige Höhle hier gewesen noch, ne? Aber ich glaube, dann ist Sabbat. Hier unten war nix. Da ist nur Wasser. Was ist denn bis zur Ober? Tatsächlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Wasser so tief ist, ne? Ach, tiefer geht jetzt aber nicht. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo kommt denn die Treppe runter? Hier. Machen wir hier einfach weiter runter, ne? Dick Leather. Und wenn wir da ne Leiter machen, dann müssen wir hier einfach nur weg machen, ne? Gut wird werden. Die laufen noch. Gucken wir hier nochmal rein. Ne, war das hier? War da noch rein? Ne, war schon da. Oh, da haben wir noch was entdeckt. Ne, oder? Ne, doch nicht. Das wäre hier. Ja, da wird jetzt eine Stelle noch abgebaut. Gut. Gut. Passt. Wo ist hier gemacht worden? Da. Auch gut. Der macht das hier. Ist ja, der ist schon ausgewählt, ne? Gut, haben wir es. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es dann aber auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.